Wie hast du die Behandlung rot gefallen? Sehr gut. Normal rot, sehr gut, super rot. Super, super gut. Und was hast du vorher gesagt? Was bin ich? Super. Du kannst nur ein Wort empfehlen. Bitte? Du kannst auch die Zuschauer mal empfehlen. Warum ist das gut? Weil sie gut ist. Also sprachlos, oder? Ja, ich bin fast sprachlos. Danke, danke, danke für dein Vertrauen. Ich habe zu deinem Geld. Sehr, sehr gerne wiedersehen. Wir sehen uns im Mai. Und wir, ich wünsche dir alles, alles besser, Gesundheit. Ja, ich will. Und schenkt immer die Energie gut.